Pizza und Punkrock, der Sünnflut-Podcast 2022. Hey, ich bin Steffi, die Sängerin der Band Sünnflut. Und in unserem Podcast sprechen wir über Musik, über unsere Musik, das Genre Hopepunk sowie wahre Geschichten aus den letzten chaotischen 15 Jahren Bandgeschichte. Oder noch viel weiter. Von abgehackten Fingern, blutigen Proberäumen, verschlissenen Musikern und schmutzig exzessiven Live- und Studionächten erwarten dich Anekdoten, die zu wahr sind, um schön zu sein. Außerdem behandeln wir gesellschaftliche und politische Themen von der linksgrünversifften Band bis zum Antifaschismus. Wenn dich diese Themen also interessieren, dann bleib dran. Zum Rest der Stadt